Servus, ich bin Henrik Kristofferschen. Ich komme aus Norwegen, aber ich wohne in Salzburg, in Österreich. Ich bin Skifahrer. Ich bin hier heute, weil ich eine Inlagssohle für den Skischuh brauche. Ich war hier gestern auch. Da habe ich eine Analyse gemacht, wie meine Ganglage war und alles. Dann hat Bernhard in der Nacht und heute am Früh die Sohle produziert. Und dann probieren wir jetzt und dann hoffentlich stimmt alles und dann probieren wir morgen beim Skifahren. Also die Einlagssohle ist sehr wichtig beim Skifahren. Es ist der Kontaktpunkt vom Fuß mit den Schuhen und dann mit dem Ski. Ich bin jetzt fertig mit der Saison. Es war eine ganz gute Saison, ein bisschen unstabil im Slalom. Aber es war das erste Jahr mit dem neuen Material, mit Van Dill Red Bull. Es hat gut funktioniert, aber wir brauchen diesen letzten Schritt machen für nächstes Jahr. Und ja, hoffentlich ist dann die Inlagssohle ein bisschen auf diesen letzten Schritt dann und dann schauen wir. Sohle.